Wie er fährt? 10 Meter. Das ist Wahnsinn, ne? Und von da ist Yuki Gakari hingestartet. Sputnik. Unglaublich. Apollo Soyuz. Apollo Soyuz, natürlich. Das ist Wahnsinn. Und? Und Alexander Kirsch. In weniger als 36 Stunden. In weniger als 36 Stunden. In weniger als 36 Stunden. Ich glaube, näher an irgendeine Rakete kann man nicht rankommen. Das glaube ich auch. Dann ja. Dann musst du rocket scientist sein. Ja. 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 Ja.